Meine Herren, dann geht das so nicht! Das ist ein Gemüsefeld mit feinem Schweizer Salat und kein Selbstverdienungsladen! Und wann wartet ihr? Hopp, hopp, macht einen Abgang! Und zwingt mich, nicht andere Seiten aufzuzüchen! Die wären jetzt sowieso gerade gegangen, das muss man gerne nicht meinen. Schweizer Frühlingsgemüse. Natürlich aus der Schweiz.